Hallöchen ihr Lieben, heute zeige ich dir diese kleine Buntstiftzeichnung in einem etwas anderen Format. Ein Tutorial Speed Painting, gezeichnet mit den Karandasch Luminants. Ich habe dafür ungefähr 5 Stunden gebraucht, vielleicht waren es auch 4. Kleine Details habe ich mit den Polychromos von Faber Castell mit eingefügt, weil sie doch ein bisschen härter sind als die Karandasch Luminants. Doch jetzt sollte ich aufhören zu quatschen. Es geht nach dem Intro los. Viel Spaß beim Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, da freue ich mich total drüber. Viel Spaß beim Zuschauen und vielen Dank! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!